Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, zum dritten Part mittlerweile von Neighbors Back to Hell und heute hat der Nachbar anscheinend Geburtstag und ja, den versauen wir ihm, natürlich, weil... Warum nicht? Ihr kennt mich. Zumindest ein klein wenig und ich versaue gerne Leuten den Tag, weil sie mir egal sind. Ich bin ein einsamer Wolf, größtenteils juckt mich niemand, so bis auf wenige Ausnahmen. Und ja, deswegen werde ich Freude daran haben, den Nachbarn den Geburtstag so richtig schön zu vermiesen, aber erstmal lese ich die Geburtstagsfeier natürlich vor. Der Nachbar hat Geburtstag und feiert diesen mit seinem einzigen Freund, sich selbst. Hey, das ist nicht negativ, ich meine, ich habe auch, größtenteils nur mich und hey, mir geht es super damit. Weil ich weiß, größtenteils ist es auch am besten so. Er bläst die Kerze aus und wünscht sich selber alles Gute. Ab und zu schaut er aber doch in den Briefkasten, ob er nicht vielleicht eine Karte mit Glückwünschen bekommen hat oder gar ein Paket, damit der Nachbar nicht so allein und trostlos feiern muss wird, wo die ihn besuchen. Ja, da wird er sich auf jeden Fall freuen. Definitiv. So. Dö, 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 dö. Da sind wir. Okay, hier ist hier Briefkasten. Haben wir irgendwas mit einem Briefamt schaffen können? Der hat ein neues Bild von Muddi, hat er. Okay, wir haben sogar Sachen mit dabei hier. Ganz wild unterwegs heute. Ah, da ist er oben. Warte mal. Was? Nee, du sollst eigentlich, äh, kurz hier ans... Nein, du sollst an das... So, Papier geht nicht, ja? Seife. Okay. Ah, die Seife am Boden, oder? Scheiße. Nichts drin? Okay, ja dann. Geil. Was macht der denn? Ah, er geht da hin, okay. Ah, da kommt der Feuerweckskörper locker rein. Wobei, adding? Haben wir hier. Bild von Muddi. Schön ein bisschen aufgepeppt, damit die Muddi auch schön vernünftig aussieht. Kommt der? Zum Brief raus. Okay, hoch. So, dann gehen wir nämlich hier. Ist der unten? Ja, ist er sehr schön. Dann haben wir hier den Feuerweckskörper rein. Was können wir mit der Falle machen, da? Weiß ich nicht. Shit, 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 shit. Weg hier. Und, ja, nochmal. Ja, das wird ein explosiver Geburtstag. Holy shit, das war cool. Ah, jetzt gehen wir nach unten. Sieht was bem 思elt. Oder? die falle in den briefkasten der sieht das nicht aber wie soll das dann okay ich dachte er kommt zum wohnzimmer wie soll dann auch nach unten aufs klo muss ich das irgendwie träger weil im klo ist ja auch eine falle für ihn und bisher ist er ja nur am feiern und und im briefkasten umgegangen raus 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 schnell gut 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 aber ja er geht nicht nach unten eigentlich also keine ahnung wie ich das zur hölle bewerkstelligen so naja aber zu gutes erscheint anscheinend auch nicht hier rein zu gehen jetzt wird es interessant das ding ist er läuft ja auch nicht hinter mir her so das ist das problem also er holt sich ein pflaster ok so funktioniert das genau hol dir mal ein pflaster sehr gut ja so ist das halt wenn man die seite fallen lässt habe ich gehört aber nicht bei uns geben es ist einfach was entspannt ist so zum zocken das gute ist am wohnzimmer da kann ich ganz chillen ganz entspannt ja freu dich mal auf dein geburtstagsgeschenk aller wurde ich auf jeden fall wobei habe ich nicht noch einen streich ich finde mal eine aber wieso was könnte fehlen was könnte ich noch machen dem typen da hat doch auch alles ausgelöst oder hat der fernseher geht ja gar nicht eigentlich oder ich glaube der geht diesmal nicht mehr pflanze nichts hier geht ja auch nicht wollen keine ahnung wobei er kommt ja gleich hier runter deswegen gehe ich einfach mal hier rein vielleicht doch das klopapier hallo ok es geht das problem ist nur kann sein dass ich verkackt habe ja jetzt kommt er nicht mehr nach unten ja kannst du mal kurz ins bad zum agen kollegen ich habe dann noch ein streich für dich vorbereitet da muss ich ja wissen was für ein scheiß ok ja das heißt ich werde also wie starten ja das wusste ich nicht okay egal nochmals ganze von vorne diesmal halt hoffentlich passend so hier da kommt direkt hier rein erstmal die ressourcen holen diesmal ja das klopapier mal wusste ich doch dass es klopapier geht ok hier ist nichts die seife hallo in die seife manchmal macht der typ auch nicht wasser machen soll hier das klopapier hier du sollst das auf das klopapier machen perfekt so dann den erding bei dem vollwärts körper die neue falle meine ich da müssen wir warten gut ich weiß ob wir noch zeit haben aber ich versuche einfach mal jetzt müssen wir hier hoch also ist ja kein problem hier ist ja selbst so jetzt kriegt er ordentlich was ab ich gehe schon mal hier rein eigentlich können wir es jetzt komplett abschließen und wusste ich halt nicht dass ich das alles diesmal perfekt halten muss wir haben ja leider geht er ja nur so nach unten wenn ich ihn halt mit der mäusefalle erwische ja mach mal sauber da ist in der ordnung mach ach ja stimmt falsch mein fehler ja ja ist ja in ordnung kollege das gute ist halt auch dass jetzt halt funktioniert perfekt sehr schön genau sehr gut gleich ist er ultimativ getriggert ich dachte der typ wäre ein bisschen schneller aber gut so also genau sehr schön schönes käsesandwich richtig schön viel käse du musst sie zu ändern dass mich an diese größe käsesandwich aus sind so und jetzt schade ich hätte gerne gesehen wie das in seinem place explodet das aber das war ende der dieses part und vielleicht sehen wir uns am nächsten part wieder